Die Wahl der Superpostler beschäftigt die Öffentlichkeit, aber sie ist auch hinter den Kulissen ein Thema. Ich finde das mit der Wahl schon super, nur leider bei uns im Verteilzentrum ist das nicht so einfach mit den Stimmen zusammen. Wir stehen ja natürlich nicht so in der Öffentlichkeit wie unsere Zusteller und unsere Filialdeut. Obwohl, da fällt mir ein. Alle, die mich kennen, stimmt's für mich. Die Wahlkarte, mit der Sie einen Opel Adam gewinnen können, finden Sie in Ihrer Postfiliale und auf post.at.